Ja, ist der Track aus seinem Song. Yo, moin Phil, was geht du? Ehrenhafter Namensvetter. Ja, ist halt die Frage, ne, Mendo? Also ich denke schon, dass er ein bisschen was bekommt, aber ich glaube, viel mehr bekommen die Leute, äh, also das Filmstudio, oder? Glaubst du nicht? Ich glaube, das Filmstudio bekommt viel mehr Geld. All right, was geht ab, was geht ab? Oh, wo landen wir? Hospital? Abfahrt. Oh, da kommt wer dann. Scheiße, die sind alle hier oben. Warte, stand bei dir. Ich bin schon wieder cool. Yo, bin da. Das Ding ist halt voll geil, weil du kannst, ähm, wenn du Hospi, den, ähm, ein bisschen lootest und so, dann kannst du dir direkt ein Loadout kaufen und dann rechts zu diesen Downtown-Dings drüber. Ja, du bist auch der Übergeek-Spot einfach. Ein bisschen, bisschen Schiss hier. Warte, wo ist, wo ist der Specialist? Ähm, der ist in diesem neuen Downtown-Dings oben drauf. Ach so. Ich hab's noch nicht verstanden, so wie man den bekommt, weil, ich hab einmal diese, irgendwas da geöffnet, aber da war der nicht drin. Ja, du findest so eine Karte, aber das ist halt nur in einem bestimmten drin, ich glaub im zweiten oder so. Ah, okay, okay. Ähm, ja, wollt ihr die nächste Runde dann drüben in Downtown einfach landen? Ja, oder wir versuchen den Heli hier dann zu bekommen, ne? Boah, direkt Downtown ist überhaupt scheiße. Ja, das ist... Ja, das ist... Ich halte ja auch. Aber warte, hier Platten, einmal und einmal. Würde ich hier teilen. Oder du nimmst einfach beide. Nimm einfach beide. Ja, komm, gönn dir. Du bist auch nicht. Was ist das, was hast du gesagt? Feindliche Drohne über uns. Im großen Tower, da ist jemand oben. Die sind einfach immer noch da. Schon in Arbeit, Partner. Ich habe auch sehr gut geschlafen. Ich bin bereit, hier die Lobbys auseinanderzunehmen. Noch ein paar geile Gameplay-Szenen für mein neues YouTube-Video aufzunehmen. Auch zu bezeichnen YouTube in den Chat. Wir sind kurz vor den 8.800 Abonnenten. Und... Ja, so nehm ich. Wer bin tot? Ich bin der Bestpieler der Welt. Nice. PPSH 9 Meter. Du bist halt so geil, am Boom zu finden. Yes. So ein geiles Produkt. Ähm, Job, oder? Nur ein geiles Produkt. Guck mal, Wähler, hier. Ich job dir das Money. Und ganz uneigennützig würde ich dann vorschlagen, dass du den Job holst. Und ich, äh, hab deinen Rücken hier. Vielleicht. Ah ja. Da, ja, ja, da. Seilmarker. Boah, ich freue mich schon, so, weil ich 24-Szenen streamen kann, ne? Ah, einfach nie wieder aufhören. Nein, was zum Penner, ich bin Polizist. Ich glaube, ich sehe. M16 Meter. Ich bin richtig gestorben. 1.000, was gedacht. Akku besser als PPSH. Ah, wer weiß. Wähler, kannst du mir dein Geld geben? Dann würde ich noch Platten kaufen ohne Drohne. Dankeschön. Nein, die sind doch gar nicht mehr hier oben auf dem Dach. Was soll denn das? Ich bin doch jetzt extra hier hochgefahren, Kinder. Das war um. Mach gleich ne Drohne. Ja. Ohne wer actually... Verbündete Drohne ist in der Luft. Ja, ich bin tot. Ich habe immer Drohne gekauft. Das ist ja nicht zu fassen. Ist immer so. Aber danke für die Drohne, so war korrekt. Ja, ja. Bis gleich. Ist ja in der Luft, der Kollege ist in der Luft, okay. Ja, zwei Stunden, warum? Lass den lasern. Ich würde die anderen da... Ja, Streetbrake. ...wegen da wollen. Oh, ist er. Es. Ist weg. Ja, lass sie. Ich hoffe, die sehen mich nicht, weil ich lauf gerade mitten in die Reihen. Ach, ich fucking Idiote. Drin ist einer Streetbrake. Nein. Der andere trockt. Nein, nein, du kannst nicht nur... Einer ist oben Streetbrake. Ich bin nur so Idiot gewesen, dass ich crosse. Auf den Himmel achten. Mein Kopf muss erst noch wach werden. Yay. Ach, Digga, das kann ja nicht sein. Ich hab wieder das wohl besser gejokt. Ich bin wirklich... Also, das ist ja so peinlich. Das kannst ja wirklich keiner mehr erzählen. Digga, ich hab das wieder einfach so 10 Kilometer. Er lag am Boden. Ach, Digga. Filming sieht so aus, kann ich hier landen? Du kannst hier landen, ja, ich hab beide. Oh, Mann, ey. Chad, wir reden nicht drüber, okay. Ich hab einfach zweimal gejokt. Ihr müsst jetzt mitzählen, wie oft ich schaffe, wie oft ich schaffe, wie oft ich schaffe, okay? Ich muss eine Mission in Plaza machen. Achso, erst dann bekommt man den. Ich würde dann auch mal ganz kurz eine Drohne holen. First game in the Gulag. Richtig, 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 aha. Aha. Ah, die sind dann gelandet. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist die Einfluss. Big Drohne, kennt ihr den, Chad? Schon im Arsch. So eine Maschine einfach. Andere Sauer. Wow. Werfe Betäubungsgranate. Oh, nice. Digga, 25. Dann ist der Arme. Ich geh links rum, ich geh links rum. Nein, bleib bitte hier. Ach, Digga. Hade. Let's go. Wir müssen spawnen. Er braucht die Munition, ich hab noch eine Kiste. Nö, bei mir. Ja, tot, tot von hinten. Ich werde hier. Kleine Ratte, Digga. Ist das der? Ja, ja. Der ist halt richtig schlecht, ne? Ja. Okay, wir gehen hier links. Auf dem Dach. Ja, ja, das ist neben uns, glaube ich. Er geht bei mir hin. Jetzt oben, jetzt oben, jetzt oben. Ja, ja. Damit es gleich kommt. Ach so ein... Werfe Betäubungsgranate. Ja, haben nichts interessant. Ich hab's hier nicht mehr. Okay, einer ist bei mir. Auf meiner Seite. Ich will hier, äh, Granaten. Nein, ich bin tot. Keiner noch. Nein. Na los. Bobo, Bobo. Bobo, Bobo. Ich mag Bobo, Bobo. Oh, fuck. Oh, ganz unangenehm. Ich hab den falschen Sound-Effekt gedrückt. Schüsse aus Westen? Ja. Hier so Platten, oder? Ja, ich hab acht. Oh, man, hier do you need. Okay. Wo hat denn... Wo snipen der? Ah, da. Ich hab nur Glockenlautern gehen. Pass mal rüber. Ja, da, 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 da. Aber es sind zwei auf jeden Fall. Ah, hier oben auch noch. Hier oben auch noch. Ah, das ist so trash. Das Spiel hat grad richtig schön bei mir ausgesehen, ja. Ich hab mich richtig heimelig gefühlt. Hast du einen Filch da drauf? Oder einfach nur so schön? Ja, ich hab so... So Grafikeinstellungen. Und jetzt irgendwie halt... Ich weiß nicht. Ach so, ja. Einfach idyllisch aus. NVIDIA Filter ist halt schon nice. Ja. Ich hab keinen NVIDIA Filter zu sehen. Ach so. Bin einfach nur blessed. Oh ja, hier oben. Schleif mal. Jetzt so ne dumme Aussage. Wirklich eine dumme Aussage. Einfach nur blessed. Na, ich wär's auch nicht mehr. Einfach nur blessed. Wenn ich jetzt da reinlaufe, und das sind jetzt alles Gegner. Vielleicht hat feindliche Drohne gehört. Da muss einer sein. Jo. Approved. Nein, ey, ey. Hä? Nein, da waren zwei drin. Oder? Den wollte ich bestimmt holen, oder? Nee, er hat revived. Er hat revived. Ist ja wirklich geistig. Wait a sec. Wait a sec. Chad, wo kam der her? Hä? Chad? Hab ich den übersehen? War der auch in dem Balkon? Oh, der ist mir hinterher. Wo kam der her? Kam der aus dem Raum? Und ist die Treppe hinter mir hoch? Oh, Digga. Das ist ja nicht zu fassen. Nein, Nerven zusammen. Der sterben. Was ist ja fertig gemacht? Bereit machen für erneuten Einsam. Er ist einfach barf, ne? Warum eigentlich? Ich bin wieder da, Guys. Hello. Hello. Ich will mir meine Waffen grundsätzlich wiederholen. Wie sieht das da bei euch aus? Ich will erst mal hier Ghost holen. Und dann gehen wir rüber. Gut. Der landet hier auf jeden Fall bei der Bank. Weiter oben. Oh, ja. Die schießen schon? Schon an Arbeit. Das ist ja übel uncool. Baylor, was geht bei dir grad so? Als Sniper, ne? Keine Ahnung, irgendwie. Ich bin noch aber safe. Ich will diese Aufträge machen. Seit gestern seid ihr da einmal gemobbt, wo du wirst unbedingt den Spezialistenbonus haben, oder? Ich schwör's dir, das war so geil. Wir sind in den Hospital gelandet, haben dann, ähm, warte, hier vorne, nein, hier, haben wir dann Lodals gekauft, sind dann da rein mit Waffen und so, haben alle links wieder oben umsitzen irgendwie geholt. Alter, hier piepst du irgendwas. Ähm, und dann sind wir da rausgegangen mit, keine Ahnung, 10 Kills oder so. Jeder Runde. Da seh ich mich eigentlich auch. Da müsste die Runde dort hingehen. Ja, die snipen immer noch von da hinten. Die haben richtig Bock. Ich bin der. Wir kommen jetzt rüber. Aber der... Ja, lass rüber gehen. Ist der McLean im gesamten Chip langsam barfuß? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee. Aber gehen später, damit man ihn noch nicht hört. Ich hab das halt nicht gesehen, ne? Bin ich komplett ehrlich. Echt? Mit meiner Zeit gewesen. Wann ist der Film rausgekommen? Weiß das einer? Er lohnt sich immer noch zu sehen, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade mache. Chat, was hab ich da gerade gemacht? Ah, du schießt auf mich! Ach, Digga, ich glaube, das ist so ein Scheiß. Der fucking Heli. Ähm, wir können auch die Kikar holen. Ja, Digga, guck, der ist für den 96er Jahrgang. Was denn? Gut, dass ich mir Geist holt habe, SmileWay. Das, der Heli kommt jetzt nur wegen mir. Warum, was hast du denn gemacht? Ja, ich, da stand irgendwie C4 entschärft. Dann hab ich das gemacht. Das ist eine chillige Aufgabe. Ja, der schießt jetzt auch auf mich. Die drei Aufträge sind schon weg, sprich, Spätsimonus ist schon weg, ne? Ja, aber korrekt. Immerhin hab ich dann so eine kleine Ohrmuschelmassage von dem Heli, der die ganze Zeit auf mich fallert. Das ist ja... Das ist ja schön. Ich hab mir die Kacken gemacht. Angenehm. Hast du eine Platte wenigstens dann? Wir haben auch so eine halbe Platte gezogen. Ehre. Sollen wir einen Parkdeck ein bisschen machen, falls die noch da ist? Äh, eine was? Ein Parkdeck unten ist noch die... Keiner, was ist... Warte mal. So ein, glaub ich. Ich geh mal den Heli da drüben holen. Jetzt schieß die Scheiße auf mich. Das ist ja so unentspannt. Oh Gott, los, Alter. Oh, Mann. Okay, komm mal mit, komm mal mit. Ach, er schießt auch auf mich. Ich will nicht. Es ist auch nur laut. Der macht ja noch nicht mal Schaden oder so. Ach so, wir können auf den Heli draufschießen und dann kommen Kissen und so raus. Was? Nein. Ehrlich? Ja, schieß mal drauf. Schieß mal drauf. Ich hab ne fucking Bullfrog. Wie gewohnt sein, kann nicht für alles Entschuldigung sein. Die Reihe muss man gesehen haben. Beste Action. Okay. Dann muss ich mir heute schon langsam angucken oder... oder ermöglicht mich trotzdem weiterhin, auch wenn ich das nicht gucke. Ich werd richtig sauer langsam, ne? Von diesem Heli. Lass... Ja, bitte mach den kaputt. Ne, ich seh das nicht einig, mit dem zu duellieren. Das ist... Haben wir ne Muni-Kiste irgendwie? Ne. Hör mal gleich eine. Ja, we did it, we did it, we did it. Oh, wild. Ah ja, auf dem Dach, natürlich. Ach doch. Ja, genau. Weißt du, was da drin ist? Da ist ne Goldene Farah drin. Das war's. Oh, geil. Lohnt sich richtig. Mein ich. Dafür muss man dich erstmal mögen. Plus einzig, wenn ihr mich auch scheiße findet, Chat. Und nur wegen dem guten Gameplay zuguckt. Oder wenn ihr gezwungen werdet. Wenn ihr gezwungen werdet, dann klopft dreimal. Neue Sicherheitszone gefunden. Danke für die ganzen Fotos, by the way, die gerade reinkommen. Sehr korrekt. Ah ja. Wollt ihr mir jetzt helfen, hier unten? Äh, Spider-Off-Mick nach oben gerade, actually. Was ist das denn? Was ist das? Das sind, äh, zwei KI-Wellen, die jetzt kommen. Fick. Wow, 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 wow. Die haben Waffen. Die Entwickler und ihre Events immer. Aber die bumsen dich doch jetzt nicht, oder? Äh, doch. Hier ist ne Munitionskiste. Guck mal, Wähler hoch. Äh, äh, ich steh, ich steh, ich steh, ich steh. Der Feind, ey, hat sich hier. Ist aber lustig. Das ist ganz cool gemacht. Also du kannst, warte, ich will dich da ab. Ah, okay. Ja, da. Also die erste Welle schaffe ich safe. Wow. Was, was, was passiert denn dann, wenn du das geschafft hast? Da kommt noch ein Boss-Gegner. Und wenn du die umgebracht hast, dann kriegst du nochmal für ein Save, äh, die letzte Keycard. Ah. Das ist ja eigentlich, prinzipiell ganz neu. Das war, das war der Loot da drin. Das lohnt sich, oder? Okay, warte, wir müssen kurz Fennex helfen. Wir kommen. Äh, ja. Wo ist das, ist es, ist es im, ist es im, ganz unten, ganz unten, ganz unten. Oh, okay. Dann müssen wir einmal auf die andere Seite. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Komm mit. So, habe ich. Habe ich eigentlich auch nicht so aus. Digga, ich habe eine Fliege in meinem Zimmer. Was soll das? Wie viele Wellen gibt es? Das soll so ein Minigun drin sein. 2, 3. Ja, jetzt kommt noch eine Welle und dann ist es rum. Aber da ist ein Chokernout dabei, glaube ich. Jetzt hat jemand ein Heli genommen. Die fliegen jetzt bei uns auf die Dürste. Fuck. Oha. Fennex fliegt so aufs Wallen. Da wird so geschleudert. Nibiii. Warte, ich komme rein, ich komme rein, ich komme rein. Ja. Ach guck mal, wir haben aber echt gut Kohle. Warte, ich muss kurz hier hin. Ich habe dich, ich habe dich. Genau, jetzt klicken wir nochmal eine Keycard und da kriegst du. Ich habe doch alles. Nice. Ey, da hat doch. Ich muss hier wieder kurz reinkommen und alles eliminieren, ey. Dann lass uns jetzt zwei holen, oder? Zwei Loadouts. Oder können wir jetzt noch den Save aufmachen? Über uns hat zwei Hedis gelandet, ne? Den Save können wir jetzt noch aufmachen. Prinzipiell ungeil. Ja, dann lass doch den Save aufmachen einfach, dann haben wir für den Gegner schön Kohle. Was wir bereitstellen können. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radar-Kurrufe wird gestartet. Das ist so gut, was? Die werden da halt safe umschillen, ne? Ja. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Hey, wie findet ihr dieses 80er-Event? Hallo? Moin. Hallo? Aber warte, keine Drohne. Das ist nur die Putzfirma. Das ist einfach... Ich muss hier putzen. Kennst du diese von Family Guy? Ja. Ich hör die, ich hör die. Du bist schon oben. Ach, mega. Nervensammer. Komm ich denn hier hoch? Ich bin schon. Du bist doch gerade da, Phil. Komm zu mir. Oh, Mann. Hier, hier. Hier, hier. Nein. Ah, einhörig. Ich hab mich selber gestunnt und ich hab Dead Science aktiviert. Er ist ganz oben, er ist ganz oben, hier hinten irgendwo. Aufs andere Seite. Er ist unterwegs. Nein, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er will mich finischen. Er will mich finischen. Hilfe. Nein. Nein. Warte da. Ja, ich bin nicht hochgekommen. You were too fast. Warte, ich bin nicht wieder. Dann machen wir den Keycard auf. Den Keycard auf. Den Dings auf. Ha, ha. Der Shop ist drin drin. Ja. Aber komm ich hier nicht rein? Ach, Dink. Das wird auch noch für mich gesnipet. Reda, du hast die Keycard mit, ne? Äh, ich bin gestaum. Du musst eigentlich mal hinten. Ja, ja. Weil an deinem Loot ist keine Keycard und dein Gegner auch nicht. Warte, was? Nein, da liegt die nach unten, oder? Nein, ich hab die aufgehoben. Äh. Brauche aufkleben. Ich hab an Lodi geholt, auf jeden Fall. Das ist ja so dumm. Äh, ja, kann ich möglich machen. Denken, die liegt vielleicht irgendwie in der Treppe. Ja, genau. Ähm. Kai. Danke für den vierten Monat. Chat, hab ich mal ein Auslöschen-Hype für Kai im Chat. Weitere weiters die Gang. Vielen, vielen Dank. Gönn mal ein Auslöschen-Hype. Lass mal ein paar Emotes durch die Gegend fliegen. Merci beaucoup. Schmaß da geht raus, Digi. Dankeschön. Danke, danke, danke. Auslöschen-Hype. Was geht, Linus? Guten Morgen. Ach, scheiße. Geist brauch ich auch noch. Nein. Die Zone kommt. Die Zone kommt. Ihr wart nicht vor einem Geist. Komm. Ich kann aber eins kaufen. Mir wird so schwindelig. Wo geht's denn hier hoch? Wenn ich das Lowdown nicht bekomme, rast dich aus. Okay, ich schaff's. Ich habe keine Gasmaske. Ich habe auch keine. Nein, ich brauche das Lowdown. Scheiß aufs Lowdown. Nein, ich gehe doch jetzt nicht ohne Lowdown zusammen. Äh, äh, warte, warte, warte. Hä? Hä? Nein, Nerven zusammen. Nein. Nein. Ja, es geht auch gerade Nerven zusammen. Wir müssen facken müssen. Da kommen Gegner rein. Ja. Wo? Ja, Wähler, hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Da, da, da. Nein, ich habe keine Gasmaske. Ich muss los. Ich habe keine Gasmaske. Ich habe mein Money. Ich habe mein Money. Alles gut. Okay. Okay, okay, easy. Moin, Moin, Maggi. Ich verreck, ich verreck, ich verreck. Ähm, nee, ich glaube, wir bleiben jetzt bei Trios, Maggi. Sorry. Ich wollte eigentlich am Anfang nur Duos mit Vayler spielen. Und dann hat Fenyx noch gefragt. Hättest du vor Fenyx gefragt, hätten wir Trios gespielt. Ich werde nochmal sechs Loadouts. Wir können demnächst wieder zusammen, wenn du Bock hast. Moin, findest du, hast es gedacht. Die Sidecancen sind jetzt um ihr Leben. Haben wir eine Drohne oder so? Komm, 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 komm. Nee, wir haben definitiv zu viel Geld. Radarsuche wird gestartet. Das wäre jetzt ungeil, wenn wir sterben würden. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Nein, nein, nein. Ich habe eventuell wieder mein Wurfmesser gechockt. Aber nur eventuell. Ey, mach mal, Film. Warum machst du das? Digga, das kann ja nicht sein. Es ist vor allem auch so unangenehm. Wollt ihr Geld haben? Nee, mir geht es eigentlich ganz gut bisher, glaube ich. Ich bin zwar nicht so reich wie du, aber... Ich habe drei von drei Wurfmesser gechockt heute bisher. Das ist ein guter Tag. Die Drohne ist in der Luft. Erbitte Aufklärung. Drohne erreicht rein, das Gebiet. Mein Ted freut sich, wie viel Geld wir haben. Aber wir haben auch nur Scheiße gemacht, diese Runde gerade. Wir waren einfach die halbe Stimme in diesem Kackhaus. Mann. Das ist aber eine gute Runde zum Einspinner. Das ist mal die rechts hier, äh, die links hier. Ja, ne? Rechts, links, rechts, links. Äh, Vaila, bist du Self-Revive-Zone? Wirklich, wir hatten 500.000 Dollar, aber Vaila hat nicht mal Self-Revive. Ja. Du hast Raffens-Einstitut. Ich habe kein Self. Ich bin so ein Geringverdiener. Du bist sogar im Spiel Ice-Ware. Du bist so geizig. Einfach noch geiziger als Floyd. Boah, man muss sich so dumm und ding nicht drücken, ne? Ich gebe jetzt einfach mal das. Einfach sogar im Spiel Geringverdiener. Fields, Batman. So, wir sind welche, keine auf dem Dach, also du bist tot. Ja, da waren welche auf dem Rang. Das kann ich auch, wenn sie das über die Rügekürze sind. Ah, na, die sind ganz oben auf dem Berg. Du musst irgendwie auf die schießen oder so. Wo sind die? Hier. Bin unterwegs. Ach, vergesst es. Achso, doch, ich sehe sie. Sie sind da. Ihr könnt, ihr könnt hoch, ihr könnt safe hoch. Ich kann, what the fuck. Ja, hab ihr noch? Shit. Jetzt müssen wir ja jetzt der Punkt, wo wir springen müssen. Er ist genau hier. Könnt ihr Marker wegmachen? Phil, erstmal Marker. Auf wen? Auf mich. Nein, wo ist der hin? Stopp. Da. Ich hab zwei. Schön. Ich komme irgendwie nicht dazu, dass ich hier Kills mache in der Runde. Ich hab die Gegner einfach vor dir gesehen. Komplett ehrlich. reinrotieren. Die müssen eigentlich jetzt gleich kommen, weil die haben ja keine Zone mehr. Oh, 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 bei mir, bei mir, bei mir. Oh. Ich war, ich wurde von links auch nochmal gelasert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hab' den Link. Ich hab' den Link. Ich hab' den Link. Schaut' den Link, ich hab' den Link. Ach, guter Call. Ich bin wieder Lock. Was denn, Digga? Was denn? Nice. Kennt ihr den? Ich schwöre, ich hab drei Gegner gesehen in dieser Runde. Was denn, Digga? Auch mal die Flays machen. Nice. Das war so eine dumme Runde. Oh mein Gott. Das war so eine dumme Runde. Schön gemacht, Phil. Schön gemacht. Putz putz. Bububububu.